Ja, das ist der Turmbau zu Babel oder besser gesagt zu Wolfsburg. Ja, die Christuskirche wird reformiert. Das sind ja die Reformer. Und ja, vielleicht müssen wir auch wieder uns mal wieder reformieren, Stopp sagen. Und ja, mal wieder zum lieben Gott, zum positiven Gedanken überkommen. Ja, das geht aber auch nur auf Augenhöhe, Matthias, singt so. Das christliche Miteinander, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber ich musste auch sagen, ich möchte nur von den Menschen geliebt werden, die sich auch wirklich selbst lieben und auch gut behandeln. So, in diesem Sinne gucke ich ganz weit nach oben und denke, richtig positiv. Ja, alles andere blende ich eh aus.